Es war ein stares Überschritt über die Vergangenheit eines Menschen. Denn diese finstere Mächte, die hatten ihr Leben bestimmt. Ja klar, ja und wahrscheinlich Jesus ist unsere Adresse. Und das hat Maria Magdalena persönlich erlebt. Sie hat erlebt, dass das Unmögliche dort möglich sein kann. Und zwar durch Gott, durch Jesus. Und diese Frau, die war so froh, dass sie Jesus persönlich kennengelernt hat,